Fuck, jetzt muss ich mich durchsprengen, oder? Ne, geht auch so, cool. Tower. Naja. Oh mein Gott. Zweieinhalb Herzen. Das heißt, ich kann mir nur einen Treffer erlauben beim Boss. Ist jetzt nicht so das wahre. Ich kann jetzt noch alle Bomben verballern, die ich habe. In der Hoffnung, dass irgendwo noch was ist. Ich meine, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Das meinte ich. Das meinte ich. Ich habe so viele Bomben, dann muss man das auch mal ausnutzen. Und ich kann ja eigentlich auch noch den Herzautomaten sprengen. Wäre doch auch noch machbar. Stimmt. Boah, an alles denken jetzt. Ah, den Run will ich echt nicht verlieren eigentlich. Er ist... Unfreiwillig irgendwie... doch noch ganz gut. Ja, immerhin noch mal ein Seelenherz. Komm, ich spreng jetzt jeden kleinen Scheiß noch mal. Komm. Kostet ja nix, ne? Okay. Jetzt habe ich immerhin noch mal zwei Seelenherzen. Damit kann man da was... Na, da kann man arbeiten mit. So, in der Hoffnung, dass ich jetzt keinen hässlichen Gegner kriege. Am besten einen, den ich kenne. Mit dem ich was machen kann. Oh, guck mal. Hier kann ich noch mal einige sprengen. Ah, really? Ups. Okay. Puh. Okay. Den kenne ich nicht. Skollex. Den kenne ich nicht. Das ist nahezu mein sicherer Tod, oder? Ich kenne den nicht. Oh, den kann man nur hinten treffen. Ich sehe schon. Was macht der, wenn er stehen bleibt? Okay. Das sieht aber... Ups. Das sieht ja machbar aus. Das sieht ja machbar aus. Holy shit. Ja. Ja. Ich wurde genau... Ja. Er ist genau da rein, wo ich getroffen wurde. Ist das geil. Ist das geil. Oh, ist das geil. Hau ab mit deiner scheiß Hufe. Hui. Ich hab ihn geschafft. Have up. Ahaha. Ich fass es nicht. Oh, um Himmels Willen, Alter. Oh, ist das ein Träumchen. Geil. Oh, ich schaff's wieder in der Bomb 2. Zweimal hintereinander, ohne zu sterben. Das ist ja der Wahnsinn. Oh mein Gott. No way. No way, Alter. No way. 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 Wenn dieser Laser jetzt noch durch Steine schießen könnte, ne? Das wäre der OP-ste Scheiß der Welt. Wenn das noch passieren würde. Ha, ha, ha. Würde ich feiern, ey. Äh, Little Steve. Nein, danke. Was haben wir hier? Empress. Verwandelt mich in einen Dämonen. Besser als Tower. Whee. Sehen jetzt. Aber komm, gib mir das an. Äh. Oh, Alter. Nein. Fuck. So viel Karten auf einen Haufen, ey. Scheiße. Oh, Böhm. Ne, das ist der Flat Penny. Alter. Ach, es ist scheiß hart. Okay. Okay, wie komme ich jetzt wieder an meinen Cancer? Oder alles? Hahaha. Ein bisschen viele Items, könnte man sagen. Was ist das? Cursed Skull. Ah, okay. Was ich hier alles rauskriege? Das Stars. Äh, pottert mich in den Itemraum. Das ist jetzt... Nö, bräunig. Ah, ich gebe alles. Den Run schaffe ich schon. Alter, ich komme nicht mehr an das Zeug ran. Ah. Uh. Strength nehme ich. Damit lassen wir es gut sein. Strength kann ich prima beim Endboss gebrauchen. Okidoki. Boah, das ist ja vor allem ein Champion von dem Auge. Boah. Hatte ich auch noch nicht gesehen. Ok. Jetzt würde ich das... Oh, halb's Herz. Die ist nebenan. Arcade ist auch nochmal da. Stark. Ich dachte... Ach, nur Shop gibt's nicht. Arcade gibt's also in der Womb. So, so. Nehme ich. Nehme ich. Aber ohne Diskussion. Kann ich da nochmal alles verballern, kurz bevor ich... ...zu Moms Heart gehe. Perfekt. Oh. Was ist das? Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Alles, was ich nicht kenne, macht mir Angst. Huh? Ja, genau. Geh doch da rein. Alter, wann stirbt es? Wann stirbt es? Alter. Da sind viele Seelenherzen weg, aber... ...passt schon. Puh. Envy. Ah, das waren die. Die verwandeln sich dann nochmal... ...noch ganz kleine, ne? Ja. Da darf... ...dürfen es nicht zu viele werden. Wobei, ich bin ja hier safe, ne? Hier kann mir gar nichts passieren als Fliege. Jawoll. Easy. Jetzt wäre ich fast reingelaufen, aber... ...aber nur fast. Oh, dieser Laser ist ganz cool, muss ich sagen. Das ist für mich neu. Haben wir hier noch irgendwas Feines? Ich habe so viel Bomben, ich kann ja einfach mal wieder ein bisschen was sprengen. Ah, der ist da drin gespawnt. Ich sage, dieses Holy... Wie heißt das? Holy Water ist gar nicht so kacke. Ah, der Scheiß. Ups, ja. Genau das wollte ich eigentlich nicht machen. Äh... Ich kann ihn ja nicht in die Mitte locken, weil dann treffe ich mich ja selber. Aber warte mal, mit dem Laser sollte das doch machbar sein. Ja. Okay. Oh, 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 oh. Da bin ich so lange sicher, bis das kommt. Aber dann kann ich sie. Das Schöne ist, ich kann die nahezu gleichzeitig treffen. Das ist cool. Ach, komm, geh down, ey. Was die lieben... Oh, not again! Was? Was? Da mit... Ja, genau! What the fuck? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, der Typ stirbt mir nicht. Das hasse ich mit der Lebensanzeige. Geh kaputt! So. Mann, ey. Ah? Tears up. Das ist natürlich unsinnig, wenn man den Laser hat. Ach, den kann ich jetzt aber einfach machen. Ja. Dadurch, dass ich fliegen kann, ist das easygoing. Komm, wenn das der Sun ist... Nee, Magician. Garantiert nicht, tausche ich das gegen Strength. Aber mal garantiert nicht. Oh, shit, 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 shit. So, wir haben den Boss gefunden. Ich kann ja mal gucken, vielleicht habe ich Glück und empfinde im Arcade noch das ein oder andere Seelenherz. Ich habe eh genug. Sprengen wir mal noch ein bisschen rum. Ah, guck mal, hat sich gelohnt. Haben wir doch glatt eins. Ah, warte mal. Hier unten geht immer noch was. Joa. Moment, wir sind immer noch nicht durch. Wir haben hier noch ein bisschen was. Ich muss mich nur noch da unten stellen, dann ist das easygoing. Und wir haben noch einen Geheimraum, ladies and gentlemen. Noch mehr Coins für die Spielhalle. Absolut geil. Absolut geil. 29 Coins. Da kann man definitiv was mit machen. Und ich bin froh, wenn der Run vorbei ist. Ich muss sowas von zeichnen, ey. Aber den Run sollte ich definitiv schaffen. So. Arcade und Feierabend. Was brauche ich denn da, ganz ehrlich? Das ist alles so überfüllt, da komme ich an nichts mehr ran. Mal gucken, was Arcade noch so geht. Und dann schauen wir mal. So. Dankeschön. Ein paar Flies noch für den Boss. Damit könnte ich noch leben. Und dann ist hier Feierabend. Nicht, dass ich jetzt Herzen noch gebrauchen könnte. Oh, warte mal. Vielleicht noch eine gute Pille. Health up. Ist das geil. Ist das geil. Oh, das ist ja Legend. Ich brauche bei dem Typen überhaupt gar nichts mehr machen. Was will ich denn noch mit dem ganzen Zeug? Oh mein Gott. Speed up. Gib mir jetzt noch Balls of Steel, ey. Und dann... Dann wäre ich... So raus, ey. Dann wäre ich so raus. Ja, komm. Ich werde jetzt mit allem noch zugemült. Jetzt hätte ich nicht genug. Ach so. Großartig, ey. Okay. Ich verspiele jetzt noch meine letzten Coins und dann ist gut. Vielleicht habe ich ja Glück und in der Blutbank ist. Es kommt noch ein Seelenherz raus, wenn ich sprenge. Aber wäre auch nicht schlecht. Es ist das erste Mal, dass ich in einem kompletten Run nicht ein einziges Space-Item finde. Das heißt, ich habe mir die ganzen Batterien waren völlig für die Katze. Nicht ein Space-Item. Das habe ich auch noch nicht erlebt, ey. In meinem... Was ist das jetzt? Der 9-Center-Run, ne? Ja. Krasser Scheiß. Ah, noch ein Schlüssel. So, 5 Coins noch. Noch ein Schlüssel. Das war's drauf geschissen. Oh, na, schade. Pushpin. No. Jo, gut. Ich glaube, es ist vorbei. Ich kann ja einfach nur aus reiner Langeweile kann ich ja, hier noch meine letzten 4 Coins reinwerfen. Da kommt noch mal ein Seelenherz. Hä, 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 Hä. Hä, 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 Hä. Oh, das ist großartig, wenn ich sowas call, ey. Oh, das ist herrlich. Alter, liegt hier viel Stuff. Der geht doch nicht kaputt, der Automat, ne? Dann machen wir ihn mal kaputt. Zwei Bomben nochmal. Wurscht. Okay. Ich glaube, diesen Boss sollte ich schaffen. Ich hab genug Leben. Ich hab noch die Strength-Karte. Ich hab den Laser. Da kann... Und ich kann fliegen, Alter. Es kann fast nichts schief gehen. Wenn ich das verliere, dann kann ich heute dieses Spiel nie wieder anrühren. Ab die Post. Komm, Strength-Karte. Ab die Post. Ja, easy going. Der Laser ist hier völlig OP. Geil, dropp'n Schlüssel, ey. Der ist ja mal übertrieben krass, der Laser, in dem Level. gegen Moms Heart. Oh mein Gott. Es rastet so ein bisschen, aber... Das kann ich nicht mehr verlieren. Oh mein Gott! Moms Heart Kill Nummer 3! Yes! Ah, das ist doch mal was. Stream angeworfen und dann sowas. So, ich will auch das nächste Ende sehen. Uh, was ist in der Kiste diesmal? Nachdem ich mich im zweiten Mal erhängt habe? Finden wir diesmal? Einen blutigen Nagel. Wow. Okay. Ha! Ist das schön? Hä? Haben wir das gerade geschafft? Geschafft? Bombenlegen ist natürlich auch super, weil sie immer dann, wenn sie spawnen, also wenn das Herz weg ist und dann legen, das ist mir schon so klar und so. Ja, das war Moms Heart Kill Nummer 3. Ich habe zwei Runs hintereinander gemacht, wo ich nicht gestorben bin. Und da machen. Scheiße. Euch呢... Und dann gucken wir es mich jetzt noch in die Slack.